Willkommen zurück zu Chorus. Ich war mal wieder entschuldigt die Aufnahme zu beginnen, wenn irgendein Signal hier reingekam und mich jetzt angreift? Fragezeichen? Hallo? Was wollten die jetzt von mir? Ähm, da ist was. Zirkeltruppen, tatsächlich. Glaube ich ja nicht. Ich kann ja selbst mehrere Sachen markieren wollen. Äh, sind das denn die? Ich glaube, ich bin unsicher. Ja, sonst. Ja, dann halt, stopp. Dann haben wir einfach eine Zirkeltruppenplatten, die hier gerade reingeflogen kommen. Ähm, das läuft hoffentlich. Das war gerade so ein bisschen sehr kurzfristig hier. Aber gut. Das ist ja gar nicht klar, ey. Wo sind die Assis? Boah, scheiße. Was? Ah, verdammt. Ah, warte dran. Da ist ja noch einer. Ja, und so. Boah. Haben wir. Kein Loot vor uns? Oh no. Okay, dann gucken wir doch auf die Map. Wir haben drei Objekte. Eins ist direkt vor uns. Dann, was geht's, Unutnant? There is something. Nid? There is something. Hä, what denn? Wo? Aufgabe entdeckt. Map. Und raten die, was sie denn machen sollen? Wahrscheinlich. Was? Hailing unknown ship. Are you friendly? Yes. Captain Sharda sent me. My mom? Great. I really need help right now. So young. Brave and ambitious. I remember well. You don't seem lost. I'm hiding. Like we trained with mom. The ship I tracked flew over there. But I thought I saw the cult, so I came here. I didn't see what happened, but all their life signs vanished. I'm not allowed to go check, but maybe you can. It's our supply ship filled with food and materials. Verlaubt ist oder hat er erst Schiss? Und klar. Okay, I can go there. Really? Great! I have enough cargo space on my ship for all our supplies. Alright. After I determine it safe. It's this direction. Ist ja auch da hinten. Okay, dann können wir direkt den nächsten machen. So, es ist zuflucht, dass wir Trigger weiter nicht in irgendwelche Gespräche. Ich möchte erst mal da zu der anderen Position fliegen. Das hier alles gibt, ey. Krass. Erstmal fliegen wir erst da hinten an. Ja. 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 Das Ding ist wahrscheinlich nicht mehr so gut. Krass. Die Dinger hier, oder was? Scheinlich. Das sind aber einige. Habt ihr auch eine KI beeinflussen können? Ich hab mir ein bisschen geupgradet, hab ich so ein Gefühl. Ah, da hat das Schiff. Äh, da ist noch einer. Haben wir. Da hab ich eine Pfanne gebaut, ey. Mal rein, fliegt das mal ripp. Jaban, es ist sicher jetzt. Aber die Crew ist... weg. Oh? Ich glaube, sie haben evakuiert. Das ist ein gutes Zeichen. Ich komme. Boah, wie schnell der hier ist, wo die Stadt. Ready. Transferring the supplies to my ship now. Standing by. Hostiles might still be around. Okay, I'll hurry. Mom trained us for this. It shouldn't take long. Pirates incoming. Let's keep them off Jaban. Still here. Alter. Da ist er doch. Ich mach den, äh, dem... Irgendwann nicht. Bist ja gar nicht so dumm wie du... Ah, fuck. Was ist denn? Das stimmt, wir können uns ja auch schnell umdrehen, ne? Schon voll vergessen mit dem Trivel. Der Trifters noch. Der Trivel ist nicht so dumm wie du siehst. Es geht um, was ich jetzt nicht so dumm. Oh, ich bin so dumm. Das ist so dumm. Oh, ich bin 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 so dumm. Cool. Oh, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. ja ein kühlkörper das hört sich doch gut an doch ein bisschen noch ein dritten plastik befüllt ist bist du leid dass dann den gettlinger nur ständig wegen überhitzung ausfallen die temperatur was temperaturmanagement ist im kampf immer ein thema mit diesem ort wirst du die kühlung deiner kanonen neun prozent machen wir haben ja ein bisschen geld wir können ja nicht abgraden geht leider nicht die ist gar besser also nicht wahrscheinlich oder wobei alle hätten vorher gehabt absoluter bullshit struktur können wir noch nicht okay erst mal weiter wir haben noch zwei dinge vor uns und das wäre gegen auch bei uns hier nächste außenposten dann ist es ja um die ecke lieutenant nie ist er ist ja nicht so gut wir können einmal länger getötet halten was gern einfach um was in der bewegung freizuschalten in erinnerung quasi Okay. Und jetzt? Folge in den Schiffsspuren. Achso. Ich rufe wahrscheinlich. Oder? Kommen wir daher? Oder geht's da weiter? Da geht's weiter. The trail ends here. And no lieutenant in sight. I've detected another civilian ship close by. Schauen wir mal. Hallo. Will doch ein Leben. So, it's the infamous scavenger. And you are? I see a legend wouldn't acknowledge future competition. Two locks the name. I know things valuable things. Wreck sites, ship routes. And refugees. Well, now that you mention it. I heard about someone passing through recently. Where? I can ask around. For a price. I have to go. Ah, yeah. Get back off. You come through and I'll take care of you. And we have a deal. You bring me the Ticor that is. Bah. Na gut, komm. Wir wollen mal nächstes sein. Nö. Das ist das Erdner von mir. Was ist das? Ich glaube, ich habe noch levit. Das ist was. Warte mal. Oh, da unten ist was. Also hier sind die Erdzeugekommen. Sehr wunderbar. Aber hier ist was viel Interessanteres. Was ist das? Aha. Tareta. Das ist interesting. Das ist das Wissen. Dann werden wir da vielleicht mal drauf ansprechen, würde ich sagen. Wir haben nur eins. Von fünf. Wah. Ein paar left. Ich muss auch im Kampf viel mehr weiter Trifter zu machen. Der ist viel cooler. Okay. Und back. Wir sind fertig. Wir gehen zurück zu diesem Schravenger. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Und wir gehen zurück. Toolok, any updates on the refugees? Sure. After you pay. Speak now, then it's yours. Well, uh, listen, there's a prison close by. My contact says new prisoners just arrived. Even a kid. Can you believe that? Er ist ein Verräter. Das ist ja das Ding. Aha. Ja. Ja, das war. Vielleicht eine Falle, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob etwas zum Gefängnis ist jetzt. Tja, ich bezahle noch keinen Verräter, also sorry, aber... Nee, nee, nee. Die Knicken. So, kurz mal im Gefängnis Hallo sagen. Schauen wir doch mal an. Ja, vielleicht eine Falle. Aber, wenn, können wir dir vielleicht helfen. Da ist was. Schauen wir doch mal. Das ist, glaube ich, nur Loot wahrscheinlich hier, oder? Oder? Ja, also es war ja nämlich gerne. Wo ist das hin? Da. Da und noch, noch mal. Ja, dann schauen wir mal, ob wir da oben reinkommen. Und wann geht da kommen, weil es eine Falle sein wird. Aber egal. Machen wir weg. Hoffisch. Was ist da oben noch für eine Markierung? Vielleicht das Energie-Ding unten aufzumachen. Schauen. Wahrscheinlich sogar. Nee, es ist auch Loot, als ob... Das hat es sogar gelohnt. Holy shit. So, und jetzt würde ich sehr, sehr gerne, dass er nur Menlo ist. Oh, nee, ich hole das jetzt nicht. Ähm. Aber maybe ist es auch nur Stein. So, wie kommen wir da rein? Also rein weiß ich, aber... Ist das, was man tun soll? Nee, mit den Gefangenen. Lass mal näher ran. Ist Herr Lieftenant mit dir? Oh, danke der Blessed Stars, dass du nicht mit dem Kult bist. Ja, Nist ist hier. Nara, die Kürbüge sind. Ja, klar. Dann, wir hunten. Always. Dunslot, fire away! Oh, nein. Hit dem hard. Oh, das war's. So. Oh, das war's. Oh, das war's. Hey. Area cleared. wir haben Ja. Er ist ein bisschen down, ein bisschen sehr... Beschleuniger-Spule? Na, was ist denn das für ein Ding? Lass uns mal gucken, bitte. Was kann das denn hier? Verringert die Zeitspanne da, in die Nara sich zu aktivieren und der Schildgenerator in Sicherheit befinden muss. Ah, okay. Das ist schon nicht unwichtig, aber ich finde halt... Waffenbeziehung ist wichtiger. Die Frage ist, was haben wir denn hier drin aktuell? Wir haben die Wärmeleiter. Basisfluggeschwindigkeit finde ich wichtig. Und Platz 1 haben wir aktuell drin. Erhöht den Schaden der Gettinkanonen, finde ich auch wichtig, dann bleibt das so. So, einen haben wir noch. Einen letzten Lieutenant, den wir noch retten sollen. Äh, wie, der Fall schon mal wieder? Was haben wir hier noch? Außenposten, dann fliegen wir auch noch ran. Äh, er hier. Uiuiuiui, und schon weg. Mal Hardgas geben hier. Okay. Mal gucken, ob wir uns das schaffen, in dieser Folge zurück zur Base zu gehen. Mit den Leuten dazu reden. So ist es mal was an von nächster Folge. Mal schauen. Mit Talendrua. Wahrscheinlich hinter dem Felsen, oder? Was? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Und wie war's? Ah, das ist mein Mutter. Ich habe dich in den Details. Leftenant. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert wird. Deine船. Es ist custom-gebaut, oder? Sie müssen die Sensoren erweitern. Dein Punkt? Wir sind in etwas, was mit unseren Engen verletzt. Vielleicht ein Kult-Divis? Unsere Sensoren haben nichts gezeigt. Aber wir können nicht riskieren, dass wir in eine andere Trappe gehen. Also, Sie brauchen die Begründung. Ja, das würde funktionieren. Es wäre besser, wenn wir diese Dinge verletzten. Es muss ein Weg sein. Ja, aber ich glaube, es ist ein Weg. Gucken, was das für ein Zeug ist und dann schauen wir mal. Es ist genau da. Ja, gucken wir mal. What over there? Ah, da heißt ja nichts, ne? Kann ja das so sein. Oh, da ist Circles Angriff. Ah, direkt in die Ecke. Warte mal kurz. Das ist ja wirklich so nah. Ja. Ich fühle mal richtig dumm da rein. Das ist ein Psychic Totem. Es sieht modifiziert. Du siehst nicht? Meine Sensoren sind nicht. Aber ich fühle sie durch dich. Wenn wir Informationen von ihren Debris sammeln, dann kann ich meine Sensoren aufbauen. Ja gut. Weil wir wissen nicht, wir müssen nichts anderes mitmachen, oder? Eigentlich. Ist das ein Fragment memory? Oh. Okay. Ist das noch mehr? Nichts Totem sein. Ist das noch eins? Ne, das ist keins. Äh, das ist was anderes. Hier sind wir gerade bei dem Flüchtlings-Konvoi. Da sind wir zu weit. Hier muss noch was übersehen übrigens. Upsi. Wollen wir auch noch? Nichts Totem sein. Ist das noch was? Nichts Totem sein. Nichts Totem sein. Nichts Totem sein. Nichts Totem sein. Ja. Trust my senses. One left. Ja. Ich habe meine Sensor-Algorithmen mit den Daten geteilt. Jetzt kann ich diese Toten herausfinden. Kann Ruhr nutzen Sie? Wahrscheinlich. Dann sollten wir zu ihr zurückkommen. Ja, sehr gut. Ruhr, das Bereich ist klar. Und wir haben vielleicht einen Weg, um diese Trämpen zu herausfinden. Wow, das klingt komisch. Ich komme zurück. Erst geben wir ihn. Jetzt. Ja. Unsere Sensor-Algorithmen holen etwas. Nicht viele, aber. Wir haben deine Route geschlossen. Seid es und du kannst deinen Kapitän wiederholen. Wunderbar. Okay, alle. Geh raus! Mal sehen, wenn man ein Dissert hat. Noch was. Ich bin glaube ich schneller. Geh raus! Eifel. Ok, voll. Und der Ratner kommt, dann kommt meine Gegner gleich. 100 pro. Der ACE drdertuschef, wunderbar. Nach H captured er ja Tonight représente. Was ist das? wir haben die fertig wahrscheinlich kurz mal kurz kommt mit irgendjemand reden können was angezeigt wird dann hätten wir abgeschlossen wahrscheinlich aktiviert das gleich noch kurz mal gucken das neue hier erhöht die ritualen leist energie um eins aber schon auf max gekommen ist ja noch nicht oder sagen dass man so wunderbar ist still there i better talk to captain sharder now so So, wir schauen uns mal schon da. Hallo, Kapitän. Willkommen zurück, Nara. Ich bin sehr dankbar, dass du mein ... ... jeder, der überlebt den Ambush. Du hast sogar eine Möglichkeit gefunden, diese Träume zu lösen. Danke, Nara. Du hast gut gemacht. Aber du bist noch nicht sicher. Wahrscheinlich? Nicht, bis wir nach dem Enclave kommen. Willst du uns zu der Jump Gate? Ja, klar. Muss man da sein? Ja, ich sehe dich durch. Great. Du hast wirklich deine Hände aus für uns. Ich mache meine Arbeit gegen die Kult. Ha! Right. Wir müssen gehen. Set course für die Jump Gate. Du hast gehört, Kapitän. Los geht's! Copy, das. Ich werde in der Vanguard. Just, ich weiß, ob du siehst. Sure. Immediately. Kapitän, wie sind deine Leute? Die Kult hat gerade die Interrogationen angefangen. Also, die meisten werden es durchführen. Gut. Sehr gut. Dann fliegen wir mal. Jetzt kultieren wir die mal zum Ziel. Also, wir kommen Flotte. Bisschen wir genau, was jetzt kommen wird. Das ist cool, ey. Wir schaffen eigentlich noch. Nur ein paar. Geile Jump Funktion. Das ist ja noch alles ruhig. Das ist doch angenehm. Das ist ja noch alles ruhig. Das ist doch angenehm. Das ist Sprung Tor. Trap spotted. Everybody, hold! Copy. I'll destroy them. Damage confirmed. Sie werden locker. Geht ein anlocken, wenn wir die zerstören. Another one hit. All traps destroyed. Great. Everybody move out. Thanks. Good work. Richtig gegen mich. Easy. Fynn! Also, wunderbar. Ohhh. Zing! Oh man! oir 역. good work, right? Oh man! Oh man, guck. Halt! Was? Oh nein! Mehr Trappen! Everybody hold your position! Hattet ihr erst mit den Sonson, man! Wollen wir den? Wollen wir früher sagen? So... So, entweder kommen wir noch mal Traps. Und jetzt kommen wir noch mal Gegner. Also, nochmal ist gut. Alles ist ja noch keiner. Das muss ich keine Bewegenden nennen darf. Was? Was? Schlecht. Da haben wir die großen Kanonen in die Hand. Was ist denn groß, Leute? Affirmativ. Good luck. Everybody ready your weapons and hold position. Ah, okay. Also, waffen wir den Ding ausschalten. Ist zwar nicht so gut. Habe ich zu? Da ist noch ein Sherrod. Hinten. Wollen wir den da durch? Wollen wir da reinfliegen oder was? Dürfen wir nicht reinfliegen. Wo kommen wir die anderen beiden? Achso, mit Leser vielleicht. Wo kommen wir? Wo kommen wir die? Wo ist unser Scanner satt? Es gibt da oben. Hinten gibt es jeden Gang. Die Drecks-Torros hier. Und nicht bollern werden. Da kommen wir halt nicht. Da könnt ihr euch auch einfach die Schiffe zerstören. Ne? Scheiß auf die Tores. Die Temperatur will ich noch nicht reinhauen. Wollen wir schon ein bisschen sparen? Boah. Macht gar zu Schaden, die Dinger, ne? Muss ich mal so anmerken. Oh, das sind doch variierend. So ist Dinger, ne? Geht so nicht. Geht so nicht. Geht so nicht. Können wir jetzt vorne irgendwas machen? Na ja, kommen wir wirklich. Und Gegner anderer. Nein. Continue. Gegner, Gegner, Gegner. Schlecht. Ganz schön schlecht. Hä? Halt! Stopp! Oh, wir waren hier noch Gegner. Werft hoch! Das war Klaus. Na, das hat immer wieder neue schon rauskommen. Hast du ein doofes Gefühl? Komm ich immer wieder neu raus. Still here. Glaubst du nicht? Wie können wir jetzt ihn denn zerstören? Verste ich gerade nicht. Jetzt geht's. Hattest du gerade die Explosion vom Schiff uns zerstört? Really? Oder war das ein Gegner? Ich schaue es dir noch cool durch. Ich habe es aber leider verkackt, muss ich zugeben. Ja, egal. Wir wissen jetzt, wie es geht. Easy going. Komm mal. Wir hätten die Frontschaut wegmachen. Affirmative. Good luck. Everybody ready your weapons and hold position. Passend gegen Schaden. Um nicht so viel rumfliegen, das machst du viel damage. Aber da schon ein bisschen Schaden machen können. Okay, da geht's nicht grad schön geil, ne? Ich weiß nicht, die Entfernung ist zu weit. Ich weiß nicht, die Entfernung ist zu weit. Ja, noch nicht. Jetzt können wir vorne rein. Wollte ich das Gegner kommen werden? Jetzt können wir da nicht reinfliegen, Malfall, wenn wir die Gegner getötet haben. Die Schiffe? Wo? Da ist einer? Ihr seid auf der Schiff. Das ist ein Schiff, Leute. Das ist ein guter Schiff. Aber egal, was ich aufschießt, tatsächlich. Nicht so egal, dass ich gar nicht reinfliegen will. Ich kann die beiden Dinger nicht zerstören. Ich will einfach mal eine Warte kurz reinfliegen, dann zerstören. Habe sie hart. Nichts beschädigt die Kurs. Zerstör sie. Ich versuche die Reste zerstören. Aber auch. Die Freiheit ist obliteriert. Ich perfekte? Okay. Was? Was? Das war Nist. Was? Die Zerstörer haben ihn über das. Mom hat ihn gebeten und hat ihn gebeten. Laura, nicht ihn. Entstanden? Die Tore haben ihn nur verletzt. Wollt euch nur die Tore. Das war's. Wir haben die Tore. Die Tore haben wir verändert. Wir haben den Tore. Wir haben den Tore. Ich bin sehr, sehr, sehr sorry. Aber ich kann nicht zurückkommen. Wer von anderen hört, verabschiedet den Kind zur Kapitän Scharder. Jetzt! Nein! Ich will bleiben! Gebe ihn jetzt oder sterbe ihn mit ihm. Warte, wir senden den Mann zurück. Siehst du? Hör, wir sind nicht verabschieden. Wir haben ihn verabschiedet. Ruhr wollte uns an unsere Bürgern. Das bedeutet Tod. Wir wollen nur weg. Willst du uns? Ich will sie nicht töten. Jetzt! Danke! Korrekt, wenn sie entschieden haben. Wer? Nara, raus! Sie wollten das so. Also... Ja, in der Entscheidung. Warten schon auf weniger. Everyone! Move out! How's your mother? In a coma, but stable. No time to lose. Get to the jump gate. Copy. Everyone move out. They left the Resistance. You left the Circle. I know. And yet you judge. I choose to light the Circle. Right. And they have their decision. Absolutely fine. The jump gate, finally. Thank you, Nara. Will you come visit us? We still owe you. Alright. Will do. Okay. 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 Nice, nice. Haben wir das auch. Mit Schwierigkeit ist hier ein bisschen über länger. Für die Folge. Aber hey. Geil. Wir haben eine Mission abgeschlossen. Ich hab auch ein, zwei Mal verkackt. So. Labern die jetzt hier nochmal? Oder sieht's aus? Oder kann ich erst die Folgen beenden? Hm. Gut. Ich würd sagen. Das war's mit der Folge gewesen. Nächste Folge gehen wir dann zu Rhys und werden mal in die Selinak-Zuflucht uns begeben. Und ja. Ich würd sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss bis nächstes Mal bei Chorus. Dankeschön. 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 Dankeschön.